Herzlich willkommen bei OXIVO. Mein Name ist Volker Bartenbach, ich bin einer der Gründer und CEO der Firma und heute möchte ich Ihnen einen Einblick bei uns hinter die Kulesen geben. OXIVO wurde 2019 als Binoff der ETH in Zürich gegründet. Unsere jetzige Arbeit basiert auf jahrzehntelanger Forschung im Bereich Exoskelette. Heute ist OXIVO ein Spezialist für industrielle Exoskelette. Unsere Systeme sind hauptsächlich im Einsatz in Bereichen Logistik, Warenhaltung, Gepäckabfertigung, Baugewerbe, aber auch Landwirtschaft. Unser sehr interdisziplinäres Team arbeitet sehr eng mit Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass all unsere Exoskelette wirklich alltagstauglich sind. Unser Ziel ist es, allen Arbeitern und Arbeiterinnen Entlastung zu bieten, deren Job regelmäßig hohe körperliche Arbeitslasten verursacht und dadurch zu Erschöpfung und Verletzungen führt. Der große Vorteil unserer Exoskelette ist, dass sie wirklich sehr schnell immer und überall einsetzbar sind und dadurch wirklich für viele Anwendungen geeignet sind, wo es heutzutage noch keinerlei Lösungen gibt. Unsere Aufgabe dabei ist es, alltagstaugliche Systeme anzubieten, um die Technologie wirklich möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen, die davon profitieren können. Durch die Zusammenarbeit mit der RUAG profitieren wir natürlich von deren jahrzehntelangen Erfahrung in vielen Anwendungsfeldern. Wir erhalten Einblicke in Bereiche wie militärische Logistik, Katastrophenschutz oder auch Instandhaltungsarbeiten. Die RUAG auf der anderen Seite profitiert natürlich von unserer Erfahrung im Bereich Exoskeletentwicklung, von der Forschung bis hin zur Anwendung im Feld. Die Partnerschaft hat in den letzten Wochen sehr gut begonnen. Wir arbeiten sehr konstruktiv und auch freundschaftlich zusammen und wir freuen uns jetzt auf die weitere Zusammenarbeit in den kommenden Wochen und Monaten.